Am Dienstagmorgen gegen 4.25 Uhr wurde ein Bad Lars-Verehepaar durch das Bellen seines Labrador-Schäferhund-Mischlings Oskar auf ein Feuer an einem gegenüberliegenden Holzbohlenblockhaus in der Straße obere Rote Haart aufmerksam. Der 58-jährige Hundehalter begab sich sofort zu dem Holzhaus, das zu diesem Zeitpunkt bereits stark in Flammen stand, und weckte die dort noch schlafenden Hausbewohner. Dadurch konnten die 60-jährige Frau und ihr 73-jähriger Mann das Haus noch unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Bad Lars-Verehepaar konnte den Brand unter Kontrolle bringen und das Feuer schließlich löschen. Dennoch brannte das Holzhaus nahezu komplett aus. Durch das Feuer wurde auch ein benachbartes Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 350.000 Euro. In die Ermittlungen zur Brandursache wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Siegen auch ein unabhängiger Brandsachverständiger einbezogen.